So, das leckere Befehl, das bekam ja leckerer, viele Soßen, Curry, hier können wir rein, alles für uns, die Getränke, super leckeres Sushi, es sieht so lecker aus, ich freu mich schon aufs Dessert, so schön ist es dran, leckere Sushi, hier ist das Restaurant, hier macht er noch Spaß, und zum Schluss gibt es noch hier Eis, ganz toll, die Leute sind super nett, Matthias macht auch die Bilder dazu, Matthias, wie findest du es? Ich finde es sehr, sehr lecker, ich bin gespannt, wie es schmeckt, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus, und nachher will man euch sagen, wie es geschmeckt hat.